ich mache das weil ich mit menschen arbeiten kann ich bin architekt von 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 studium habe studiert architektur und architektur sitzt man im büro und macht mir einfach pläne hier kann ich wirklich mit leute sprechen mit erfahren was was in die welt was sind andere leute warum haben sie von ihrem land auch verlassen das kann das interessiert mich sehr dass ich ja lustigerweise habe ich auch meine doktorarbeit gebrochen habe ich habe nicht weiter gemacht ich habe nicht weiter meine doktor arbeit gemacht und dann bin ich mit kunst asyl ein was jetzt 18 monate lang zu spielen dabei so 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 so